An Europa ist mir Frieden, Freiheit und Vielfalt wichtig. Auch die Digitalisierung ist ein wichtiger Aspekt an Europa. Ich setze mich für den Umweltschutz in Europa ein. Für mich steht Europa für Jugend und Zusammenhalt. Europa steht für eine große Vielzahl an Werten und Interessen. Wenn du willst, dass deine Interessen vertreten werden, dann geh am 26. Mai wählen.